Das Einspielen war mal ab für die Damen und Herren S-Klasse beim Ethnika Cup 2016. Sarah Manz, die Schwester von Chantal Manz. Chantal war zweifache deutsche Jugendmeisterin und wenn ich nicht ganz daneben liege sogar Jugend-Europameisterin geworden. Sarah, etwas jünger, aber auch nicht viel schlechter, spielt sich hier mit Marius Zaus ein. Der war in seinen Jugendzeugen auch Deutschland Top 10, Bayern Top 1, Top 2. Er hatte das Pech, sehr oft gegen Kilian Orts spielen zu müssen. Das andere große Talent aus dem Jahrgang. Marius Zaus jetzt im Vorderland Park Volksregional in Gernhof-Eldrich. Wir begrüßen hier auch Nobby Speckner, Bundesspielvereinigung Erlangen. Im Einspiel mit Kinner und Drittmann. Seema aus TV-Otto. Axel Dirkasch, Badanois, Nürnberg. Linkshänder. Die Deutsch-Gnesen-Traktion. Von der Funkstraße München. Riezenberg. Topspieler und Siegner, Möller. Fiegenberger. U18, Top-Spieler. Untertitelung des ZDF, 2020